Glück auf und herzlich willkommen meine Lieben. Heute das Thema Kurvenfahren mit Sascha. Mehr erfahrt ihr nach dem Intro. Wie euch bestimmt aufgefallen ist, muss ich die Aufnahme nachsprechen. Ich habe ein neues Mikro-Setup ausprobiert, was voll in die Hose gegangen ist. Man hat nur Rauschen gehört, aber ich wollte die Aufnahmen nicht in die Tonne hauen. Von daher bekommt ihr diese jetzt. Schön die ordentlichen Sequenzen aneinander geschnitten, mit ein bisschen Musik hinterlegt. Anderer Grund ist auch der, ich bin ein paar Tage weg und könnte euch sonst am Wochenende kein Video präsentieren. Und ich habe es ja jetzt in letzter Zeit geschafft, immer zum Wochenende hin ein Video rauszuhauen. Und dem wollte ich, soweit es geht, treu bleiben. Von daher bekommt ihr jetzt, ja, die Resteverwertung der letzten Aufnahmen. Sprich, wo wir Kurven gefahren sind. Und wünsche euch viel Spaß dabei. Wir hören uns nochmal zum Ende des Videos. 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.